Hallo und herzlich willkommen zurück zu DeadPoly. Ich war so frei, ich habe uns mal ein bisschen Holz geholt, dass wir mal an der Werkbank ein bisschen was basteln können. So, schmeißen wir uns mal gerade darüber. Hier noch ein 100er Stackpole, da habe ich ja einiges geholt. Ich kann euch echt die Axt empfehlen, hinhocken an den Baum, dann geht es auch recht zügig. Jetzt werde ich mal gucken. Also, wir haben den Amboss und wir haben die Schüssel hier, also den Mörser. Dafür brauchen wir Kabel. Ich habe übrigens ein paar Hinweise gekriegt, nochmal vielen Dank natürlich an der Stelle. Wooden Shutter, okay. Das ist die Feierachse. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn noch so an Werkzeugen. Wir haben doch einen Sack nur mit Werkzeugen. Ich habe doch so eine Werkzeugkiste hier. Ihr habt hier. Wir gucken mal rein, was haben wir denn da so. Vielen Dank für den Hinweis, dass man Kiste in Kiste in Kiste machen kann. Das wusste ich schon, weil wir haben das ja hier schon gemacht. Aber so kann man theoretisch echt viel durch die Gegend schleppen. Wie ihr seht, also. Und Wasser könnte ich eh mal mitnehmen. Komm, wir hauen uns mal das Soda rein. Wir haben nämlich durchscht. Oh, guck mal. Wir haben hier schon mal einen Kaffee gefunden. Wir trinken hier nochmal Wasser. Na komm, du schaffst es. Und Hunger haben wir auch, hey. Na ja, noch eine Tomate und einen Apfel. Ja, so haut er auch nicht rein. Der Pumpkin, macht der ordentlich satt? Oh ja. Oh ja, der Pumpkin, der macht satt. Super. So, eine Tomate mal einstecken. Wir haben noch Wood. Ich habe hier auch noch ein Magazin gefunden, das würde ich noch schnell verräumen. So, wir haben hier die M4 mit 30 Schuss. Die nehmen wir mal mit, so als Sicherheits-Backup quasi. Schauen wir mal kurz. Hier könnten wir noch Rucksäcke oder Taschen oder sowas reinmachen. Den Motorradhelm schmeiße ich mal weg. Wunderbar. So, ich wollte aber eigentlich was bauen. Wir wollten auch einen Schrank, auf jeden Fall noch. Was fehlt uns dafür? Ah, dafür fehlt uns die Säge. Okay. Die hole ich mal fix. So, Inventory. Wunderbar. Ja, ein bisschen an Tools und Batterien und so haben wir. Das ist echt cool. Ich will nämlich irgendwann ran, auch mal an die Elektronik, dass wir mal ein bisschen Licht kriegen auch hier. Steine, da haben wir auch noch ein paar. Da kann ich eigentlich auch noch ein paar holen. Aber ich würde sagen, heute machen wir wieder eine kleine Loot-Tour in die Stadt. Oder wir schauen uns mal ein bisschen, so grundsätzlich ein bisschen auf der Map mal um. So, wie lange dauert denn so ein Schrank? Oh, der geht ein bisschen. Okay, den lassen wir laufen. Ich dachte, das geht mal eben schnell fix. Warte mal los, ne? Haben wir Verbände? Jo, vier Stück. Ich muss sogar mal ein bisschen die Maus einen Tickel langsamer machen. So. Hier haben wir erst reingeschaut, ne? Was ist das hier? Ah ja, Tierladen. Was gibt's hier? Pizza. Oh, nice. Pizza. Was haben wir hier? Ist nichts drin, ist aber auch von der Größe her nicht so geil. Aber wir nehmen ihn trotzdem mal mit. Wir können ihn ja wieder wegschmeißen, wenn er scheiße ist. Ein Cuttermesser, eine Banane nehme ich mit. Das lasse ich mal liegen. Ich weiß zwar nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir hier nachts umherstreifen. Was ist denn das da eigentlich? Ich könnte hier eigentlich wie so... Ah, die Feierachse habe ich rausgemacht. Ich könnte hier eigentlich mal das Gewehr reinmachen. Oder wollen wir mal die Desert Eagle benutzen? Jo, komm. So, was ist hier passiert? Der hat nix. Der hat auch nix. Schade. Was ist das? Ich brauche den Bunkerschlüssel. Okay, woher kriege ich den Bunkerschlüssel? Der hat ihn nicht. Der hat ihn nicht. Das Fahrrad. Nee. Bunkerschlüssel 24. Müssen wir uns merken. Wir können uns ja mal hier in dem Haus mal ein bisschen umschauen. Dann können wir mal ein bisschen so die Stadt durchkämmen, hätte ich gesagt. Einen Apfel, den nehme ich. Wir gucken mal rein. Aber der ist zu lütt. Den lasse ich mir da. Erstmal ein Stück Pizza nebenbei. Eine Maske, Tisch und ein paar Blumen. Nee, danke. Eigentlich net so. Hier sind gar keine Zombies im Haus, ne? Oder noch nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwann implementiert wird. Ach, das war's schon. Hier gibt's nicht mal was. Oh, schade. Naja, guck mal. So eine Box. Da, dann hat sich's doch schon gelohnt. Gut, dass ich hier nochmal geguckt hab. Geht's hier auch raus? Ist der Fallschaden eigentlich arg? Kann man hier eigentlich rüber springen? Nee. Ach, wir haben zu wenig Stamina. Nee, man kann scheinbar tatsächlich nicht rüber springen. Okay, schade. Auf dem Schrottplatz waren wir schon mal. Aber wir gehen da trotzdem nochmal kurz gucken. Theoretisch müssten die Müllbäcke ja schon wieder voll sein mitzeigen. Naja, das Regal lasse ich aber mal. Bananen. Können wir mal mitnehmen. Schade ja nicht. Mal hier ein leises Werkzeug nehmen. Gunpowder nehme ich auf jeden Fall. Ein Ritterhelm. Aber ich finde, das Baustellenhütchen passt einfach zu uns. Kürbis. Ah, Muni. Nee, keine Muni, sondern Magazin. Dann haben wir uns hier gerade mal ein Stück Kürbis rein. Ich hoffe, dass auch bald Musik ins Spiel kommt. Da freue ich mich eigentlich auch immer sehr drauf. Gibt's hier was? Nein. Ich finde, das steigert halt das Ambiente. Ungemein. Oh, guten Tag. Oh, ganz schön, wieder schmerzt sich der Typ, Mensch. Oh, ja. Nehme ich, danke. Wir hätten auch in so einen Camper einziehen können, aber da hast du ja voll schnell Platzprobleme, glaube ich. Geht das mit dem Schwert eigentlich auch? Ah, ja. Ah, ja. Boah, ich finde die Entfernung, die Schlagentfernung abzuschätzen. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ah, ja. Wenigstens eine Banane. Magazine nehme ich mal im Moment keine groß mit. Die findet man relativ häufig und wenn wir dann eins brauchen, dann lass uns lieber gezielt, dann nachsuchen. Ah, jetzt wird's hier aber duster, ne? Ein Bett wäre gut. Kann man eigentlich ein Bett bauen, das müssen wir mal gucken. Weil mal schlafen oder so bis zum nächsten Tag wäre irgendwie auch ganz cool. Ich gehe mal zurück und gucke noch mal am Werktisch. Ah, Überraschung. Ne, Engelsflügel. Es wird immer blöder. Ach, guck mal. Noch ein Kaffee. Ja, da füllt die ausauerschnell auf. Jetzt ist es bei uns bestimmt Stockduster, ne? Ach, guck mal. Da hat es den Schrank da schon mal platziert. So, lass mich mal kurz gucken. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Da wollte ich rein. Ein Bett gibt es tatsächlich noch nicht, ne? Damit können wir bestimmt Schießpulver machen oder Patronen besser gesagt. Ganz schön was los hier. So, lass mich hier jetzt noch mal in Ruhe gucken. Ne, also tatsächlich ein Bett gibt es nicht. Okay. Wir haben gerade keinen Platz, also platzieren wir mal hier die Box. So, dann können wir den Schrank immer noch nicht mitnehmen. Jetzt können wir aber mal einen Rucksack machen. Open. Wird zur Kille fährt. Also ein Baustellenhütchen, das haben wir ja schon weg. Die Hockeymaske finde ich ganz cool. Die bewahren wir mal auf. Autobatterie, das Einhorn. Und die zwei Medi-Packs mache ich mal in den... Ne, die Medi-Packs lasse ich mal in eine Schaltplatte rein. Dann können wir nämlich hier ein bisschen Ordnung schaffen. Angeln würde ich auch gerne mal. So, die da testen wir noch aus. Das machen wir zu. So. Die da will ich noch ausprobieren. Wo können die hin? Ist das dann statt dem Rucksack, oder? Wo hat er die jetzt hin? Da. Soll ich nicht. Das kann mir weg. Kann man das nur dort ausrüsten? Scheinbar, ne? Dabei Accessoires. Equip. Ah, bei Accessoires kommt das hin. Okay. Okay. Ja, wieso nicht? Schick. Dann stellen wir den zweiten Schrank gleich nebendran. Oder? Kriegen wir dann die Tür noch auf? Ich denke, na. Boah, mega gut. Jetzt haben wir richtig viel Platz. Jetzt können wir... Ja, ja, das geht mit der Tür. Wunderbar. So, jetzt ist auch die Frage, lasse ich vielleicht mal das Gewehr da? Wir haben ja noch zur Not die Knarre. Dann können wir nämlich noch mehr mitnehmen. Dann schmeiße ich gerade noch das Zeug raus, was wir in der Tasche haben. Und dann machen wir mal eine Tour, jetzt, wo es langsam auch wieder hell wird. Das mache ich mal da rein. Das haben wir bestimmt. Das können wir nochmal stacken, oder? Ja, das steckt auch nochmal. Wir haben hier noch so ein Bauteil. Das behalte ich mal. Für so ein Elektronik-Kram craften. Wir haben hier noch ein bisschen Metall. Geld haben wir noch. Das ist unser Nachlade. Nachlademagazin. Kann man das unload? Die sind das. Okay. Nur, dass ich mal weiß, welche Muni wir eigentlich benutzen. Aber ich finde, es gibt so viele verschiedene Munitionen. Da kriegst du es echt in der Erbs. Äh, nee. Open. Die hier wollte ich rausschmeißen. Haben wir von denen schon welche? Nö. Die Helme nehme ich da mal raus. So, Werkzeuge. Gut. Ich hätte aber total Bock noch irgendwas Geiles zu craften hier. Box. Waffendisplay wäre immer auch cool, oder? Kommt da wascheln wir mal eins von? Okay. Was ist denn hier? Base Claim. Okay. Können wir das bauen? Was fehlt uns? Tape haben wir bestimmt. Metal. Wood. Wir müssen doch nicht alles haben, oder? Ja. Tape haben wir. Metall haben wir 210. Und Wood. Wood ist schon wieder leer. Boah. Okay. Dann ist auch mal klar, was ich gleich nächste Folge wieder einsammeln werde. Ein bisschen Holz für uns. So, wir nehmen mal die Angel mit. Das nehmen wir mit. Komm, die Angel, die können wir da hoch machen. Buni haben wir noch ein bisschen. Essen haben wir noch ein bisschen. Okay, ab dafür. Ah, jetzt wird auch langsam wieder hell. Sehr gut. Ist zwar nicht das optimalste Werkzeug, aber egal. Ah, der wollte... Oh, neues Bild. Schön. Der wollte nicht getroffen werden. Pizza lasse ich mal. Ich würde sagen, wir waren das letzte Mal hier in der Kirche. Dann gehen wir doch mal hier weiter, oder? Gibt es irgendwo eine Tür? Was ist das hier für ein Objekt? Open Door. Ich brauche den Blumen-Shop-Schlüssel. Nee. Nee. Oh, hier auch. Okay. Da kann man nicht rein. Okay, schade. So, was haben wir hier? Ah, Wasser ist immer gut. Sledgehammer. Das lasse ich mal da. Werkzeuge haben wir ja jetzt. Ich sage mal so Special-Werkzeuge, würde ich mitnehmen. Paintball-Maske. Aber ich sage mal, die, die man relativ häufig findet. Darfst du ruhig rausgehen, danke. Ja, wie gesagt, die Special-Werkzeuge, die nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das da? Sunglasses. Okay. Pot. Magazin. Oh, das wäre aber auch ein cooles Haus, ne? Zum Bewohnen. Oh, okay. Geiles Ding. Oh, was ist mit dem nicht in Ordnung? Wow. Fast. Haben wir überhaupt noch einen Boni in der Knarre? Sieben Schuss hat man mit der, ne? Zwei Schuss haben wir noch. Ja, ja, ist gut. Lass mich doch mal kurz meine Waffe wechseln. Okay, Skibrille. Open. Nix drin. Die nehmen wir mal trotzdem mit. Oh, leck. Guck mal, wenn du eine Waffe benutzt. Das ist ja übel. Okay, ich muss langsam mal echt aufpassen hier. Wow, das waren mal echt viele, ne? Guck mal, oh, fast. Gar nicht übertrieben. So, wir essen mal was. Okay. 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 Okay, noch laufen sie da rum. Alles gut. Ich sollte mal so Erste-Hilfe-Kids. Oh je. So Erste-Hilfe-Kids sollte ich auf jeden Fall... Oh, Nägel. Sollte ich mir mal an den Mann bringen. Ich kann nicht... Da war einer dabei, der ist gerannt. Habt ihr es gesehen? Gibt es hier irgendwas? Nee. Spannskäste findet man doch eigentlich auch, oder? Batterie. Boxcutter. Ah, davon haben wir auch schon so viel Zeug. Ich will mich jetzt nicht noch weiter vollstopfen. Also ein bisschen wahrscheinlich schon. Ist das ein Rohr? Was liegt hier in der Knarre? Okay. Was haben wir da? Ah ja. Schraubendreher. Ach so eine kleine Loot-Runde ist immer wieder schön. Was haben wir hier? Batterie, Blumen. Treppe nach oben. Oh ja, da hat ja mal so ein Holz vergessen. Oh ja, dass die hier rumschleichen, das macht mich aber auch irre. In den Hunting-Laden würde ich gerne gehen. Vielleicht gibt es da noch was. Kommt man da so ohne weiteres rein? Vielleicht ohne, dass wir gesehen werden? Ist das der Hunting-Laden? Ah, da waren wir schon drin. Okay. Vielleicht, wenn wir die so nach und nach ein bisschen pullen. Oh ja, da war das Massaker hier. Ist das gut. Oh ja. Boah, der war echt fix, ne? Ist das cool oder? Ja, Massaker. Sehr schön. Oh, die ist hartnäckig. Oh, nee, ich glaub's nicht. Machen wir mal hier. Base respawn. Ähm, okay. Hier ist aber nicht meine Base, ne? Was gibt es in der Map? Ah, nee, es gibt keine Map, ne? Ist nur die Frage, okay, wir sind auf jeden Fall da gestorben, wo die ganzen Zombies an der Ecke waren. Ich glaub, das können wir uns merken. Mal ein bisschen hier abchecken. Wir laufen mal hier außen rum, oder? Nicht zu viel Aufsehen erregen. Ich glaub, einer hat uns eh schon am Wickel. Oh, meine Ausdauer. Okay, mit dem möchte ich jetzt auch nicht zusammen rasseln. Gott, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier eigentlich? Das sieht irgendwie alles nicht aus wie zu Hause, ne? Oh, okay, weg. Oh, das ist so ein Renner. Ganz schlechte Idee. Oh, Leck, wenn der einen erwischt, der ist auch nicht schneller als ich. Drecksack. Echt, jetzt? Jetzt bin ich hier aber immer noch nicht schlauer. Wo unser Hotel ist. Unser Hotel. Ich glaub, ich bin auf der völlig falschen Seite, oder? Was zu essen wäre gut gewesen. Wir laufen jetzt mal in die andere Richtung. Ich mein, die Map ist ja glücklicherweise nicht so groß. Boah, unsere Ausdauer, ehrlich. Was zu essen? Ne. Lege. Ah, bitte geh nicht. Was ist das, was zu essen? Ne. Ah, mit der Pfanne sind wir natürlich auch nicht so der Knaller, ne? Guck mal, da hinten ist ein Schiff. Ich glaub, hier waren wir noch nicht. Boah, guck mal, da ist einer mit dem Fluss flüchten. Ach, schön. Ist das geil, oder? So, jetzt würde ich aber ganz gern meine Leiche irgendwo noch wiederholen. Ah, das kommt mir doch hier bekannt vor. Guck mal. Aha, okay, wir waren quasi auf der ganz anderen Seite. Okay, krass. Pads, da waren wir auch noch nicht, ne? Ja, die Stadt ist schon recht groß, ne? Ach, guck mal, hier, hier sind die ganzen Leichen. Hier müsste auch auch meine Leiche irgendwo sein. So. Ach, nee. Ich glaub's nicht. Oh, nee. Komm, stirb. So. In den Pockets hatte ich nichts. Okay. Pfanne? Nee, okay. Ach, sehr schön. Meine Leiche ist auf jeden Fall noch da. So, und jetzt muss man das Ganze manuell rüberziehen. So. Die Flügel schon noch. Oh, ey. Nicht gleich schon wieder draufgehen. Das kann ich jetzt nicht brauchen. So, hier sind doch noch Sachen in der Tasche. Das Dumme ist, man kann die jetzt nicht irgendwie mit so einer Taste rüberziehen. Das ist nicht ein bisschen, ein bisschen blöd eigentlich. Ach, so geht's. Okay. Die nehme ich auch noch mit, klar. Okay. Das war's, ne? Ja, das war's. Aber hier müssen doch auch noch Nägel drin sein, oder? Guck mal, hier haben wir noch Nägel. Nehme ich auch. Ja, super. Damit haben wir unsere Leiche zumindest mal zurück. Und mit den Worten würde ich sagen, wechseln wir mal die Folge. Und dann plündern wir hier mal fleißig weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt die Zeit. Bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao. Was ist das? Ja, wir sind heute auch. Also wir schauen, wir schauen. Was ist das mit uns ist. Vielen Dank.